Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Bitcoin- oder Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 29.920 US-Dollar. Wir haben gestern unseren Short abgeholt bekommen, haben jetzt auch schon mittlerweile ein paar Profite genommen, weil ich der ganzen Sache immer noch nicht so wirklich traue. Und ich habe schon wieder ein neues Short-Ziel im Auge, weil ich glaube, der wird bald ausgestoppt. Das ist meine ehrliche Meinung dazu. Gehen wir jetzt aber gleich im Video nochmal ein bisschen näher darauf ein, was passieren könnte, wo wir unseren nächsten Short-Trade planen könnten, in Anführungszeichen. Longs gibt es momentan wenig, wo ich sagen würde, okay, da können wir rein, aber werden wir uns natürlich auch mal anschauen. Bevor wir starten, heute Abend um 19 Uhr wieder Livestream. Morgen habe ich auch schon angekündigt, gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher darauf ein. Auch nochmal ein kleiner Livestream. Und ja, auf jeden Fall heute Abend 19 Uhr gerne dabei sein, wenn ihr Altkönlwünsche habt oder sonstiges. Bevor wir starten, Video-Like da lassen, Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Signale. So wie gestern hier, kommt da gerne rein, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Natürlich wie immer for free. Gut, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Wir gehen rein ins Video, 29.900 US-Dollar. Wie gesagt, wir haben gestern hier nochmal einen Pump in die Region um 30.200 US-Dollar bekommen. Ich weiß, wir hatten gestern hier, stand erst 30.200 US-Dollar, haben wir ein bisschen in der Gruppe geschrieben, Heatmap und sowas. Dann habe ich mich entschlossen, nee, komm, wir machen 30.040 für den Entry. Im Endeffekt hätten 30.200 US-Dollar viel, viel besser gepasst, wäre besser abgeholt worden. Aber egal, im Nachhinein ist es Wurst. Heute früh dann ein bisschen Profite genommen, kurz vor den 29.600, weil es eben nicht ganz abgeholt wurde. Aber die 15% wollte ich schon mal realisieren. Auf jeden Fall sind wir weiterhin in diesem Trade eben drinnen. Gehe aber momentan davon aus, dass der wieder abgefischt wird. Warum? Wenn wir uns das Ganze mal auf einen 1-Stunden-Chart ansehen, sehen wir, wir haben einen ordentlichen Wig hier mit ordentlich Selling-Pressure hier. Heißt für mich persönlich, ich glaube, wir gehen hier nochmal hoch, werden diesen Bereich hier nochmal hitten, die 30.200 US-Dollar mindestens, um dann, sage ich mal, wieder abzuverkaufen möglicherweise. So, zweite Möglichkeit ist, der Trade wird ausgestoppt, weil wir das Golden Pocket hier direkt vor der Nase haben, bei genau 30.050. Da werden wir zwar in den nächsten Stunden mal genauer gucken müssen, wie sich das Ganze ergibt. Also momentan ändern wir nichts am Trade, der bleibt erstmal so stehen, wie er jetzt ist. Das sind aber die zwei Möglichkeiten, die ich sehe jetzt erst einmal. Wir haben natürlich, und das ist jetzt eben der zweite Grund, warum ich momentan weiterhin keine Limit-Orders-Momentan-Fan bin, bis auf die von heute Nacht oder gestern Abend, wir haben darüber ja noch diese Ineffizienz. Diese Ineffizienz geht bis ungefähr 31.000 US-Dollar. Diesen Block hier, den wir hier an Ineffizienz noch haben, könnte sehr, sehr gut möglich sein, dass wir uns den eben auch nochmal darüber fischen. Das heißt, sollte unser Trade ausgestoppt werden, warten wir erst einmal ab. Wir gehen in keinen neuen Trade erst einmal rein, sondern beobachten ganz genau. Natürlich würde es zu dieser Situation deutlich besser passen, wenn wir uns das Hoch hier eben abholen, dass wir dann eben auch gleichzeitig noch diese Bearish Divergence sehr, sehr wahrscheinlich hier reinkriegen, dass wir dann auch im RSI, sage ich mal, zumindest versuchen hier, ein Hoch anzuvisieren und dann weiter abzuverkaufen. So, sollte das eintreffen, jetzt sind wir hier wieder beim Hätte, Werde, Sollte, Könnte, wäre das erste Ziel, ziehen wir uns das FIP-Level dazu, die 29.300 US-Dollar. Das heißt, erster vollständiger Take-Profit, 29.600, wie im Video angekündigt, zweiter 29.300 US-Dollar wegen dem Golden Pocket und hier könnten wir uns dann überlegen, eine kleine Hedge-Position aufzumachen, um long zu gehen, theoretisch bis 31.000 US-Dollar. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder Kommentare kriegen, hätte, hätte, wir könnten 50% hoch, es kann aber auch runtergehen. Ja, grundsätzlich schon, aber ich stelle hier die Pläne dazu vor, wie ich jetzt weiter vorgehen möchte. Wir haben gestern BlackRock-News bekommen, beziehungsweise Insider-Informationen, wie viel Insider da wirklich dahinter steckt, jeder Depp kann irgendwas auf Twitter posten oder so, dass der ETF in vier bis sechs Monaten genehmigt werden sollte. Es ist nicht mehr die Frage, ob er genehmigt wird, sondern nur eine Frage der Zeit. Das hat natürlich auch die Kurse ein bisschen gepusht, sehen wir dann hier, das war im Endeffekt der ausschlaggebende Grund. Und wichtig wird es aber sein, und da gehen wir jetzt mal auf den Daily-Time-Frame, schauen uns das Ganze mal an, wichtig wird meiner Meinung nach sein, schaffen wir es hier über die 30k. Das heißt, die 30k sind für mich ganz, ganz wichtiger Daily-Close. Diese Linie auf Daily-Sicht müssen wir überwinden. Schaffen wir es, machen wir kurz alles weg, schaffen wir es hier drüber zu schließen, auf Daily-Sicht. Schön bullish, mit einem höheren Hoch, dann hätten wir die Abwärtsstruktur gebrochen, dann wären Rücksetzer absolut bullish, und wir könnten beim Rücksetzer ganz entspannt long gehen mit Mindestziel 31k. So, jetzt hatten wir aber gestern keinen bullischen Close, sondern eher einen semi-bullischen Close, wir hatten nur einen Wig, das heißt, die Liquidität wieder abgegriffen. Momentan stimmt mich noch nichts um, dass wir hier sagen können, okay, die 27.500 US-Dollar sehen wir nicht mehr. Ganz, ganz wichtig, ich bleibe weiterhin bei der Meinung, 27, 27.500 sind drinnen, solange wir kein Daily-Close über der 30k-Marke sehen. Also, das sind die wichtigen Level, und wie gesagt, kurzfristig müssen wir schauen, entweder wir werden hier oben ausgestoppt, dann müssen wir gucken, wie die Struktur ist, schließen wir tiefer, dann auf jeden Fall neuer Short, schließen wir drüber, dann ist das nächste Ziel für einen Short erst die 31.000 US-Dollar-Marke. Und auch hier vielleicht noch in der Hinsicht, sorry, wenn es ein bisschen ausführlich ist, aber ich glaube, das wollt ihr vielleicht auch, ziehen wir uns noch das FIP von unserem High bis zu unserem Low, und da sehen wir auch, okay, die 30.600, beziehungsweise hier die 31.1, wo das 0786 liegt, das ist die nächste Short-Area. Also, da können wir uns überlegen, diesen Bereich hier möglicherweise als Short-Szenario dann rein zu triggern. So, das war es zu Bitcoin. Ethereum, ungefähr das gleiche Spiel, hat sich auch am Planix geändert. Wir haben gestern auch hier keine Logon mehr aufgemacht, hat für mich wenig Sinn gemacht, jetzt da irgendwie noch hinterher zu springen. Ihr wisst, die Chance war bei Bitcoin auch bei 0886 rum, wurde nicht geholt, Ende. So, Ethereum hat sich genauso aufverhalten, wie wir darüber gesprochen haben, auch Richtung grüne Box hier. Ziemlich genau oder fast genau abgeholt. Bleibe ich aber jetzt auch erstmal bei dem Part dabei. Wir bilden jetzt hier sehr, sehr wahrscheinlich eben das gleiche Spiel wie bei Bitcoin. Vielleicht hier noch ein höheres Hoch, um dann weiter abzuverkaufen mit eben der Barrage-Divergence hier auf dem 1-Stunden-Chart. Würde sehr, sehr gut passen, um dann eben hier das Maximumziel hier unten bei ungefähr 1740 US-Dollar abzugreifen. Also, hier hat sich wenig geändert. Bitcoin ein bisschen ausführlicher, Ethereum eher weniger. Schauen wir mal, was da jetzt noch im Endeffekt bei rumkommt. Und wie gesagt, erstmal ein bisschen Seitenlinie. Wir warten ab, was jetzt die nächsten Stunden passiert. Keine Limit-Orders, kein Mega-Bull. Wir haben dafür kein Daily-Close bekommen, aber auch momentan nicht mega bearish. Die 27,4 sind drin, auch bei Ethereum. Eben die 1740 sind auch noch drin. Wir haben morgen Inflationsdaten. Da werde ich dann auch nochmal live gehen, mittags mit euch, also so um 14 Uhr, um einfach die Reaktion nochmal zu sehen und dann können wir weiter entscheiden. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns oder sehen wir uns heute Abend um 19 Uhr wieder auf YouTube. Gerne beim Livestream dabei sein, würde ich mich freuen. Link werde ich euch später noch überall posten. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ja, nehmt Profite. Warten wir die nächsten Stunden ab. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Das war's von mir. Bis heute Abend um 19 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.